Anna und Peter wollen ihren Traum wahrmachen, ihr eigenes Haus. Weil sie nicht nur naturverbunden leben, sondern auch gesund bauen wollen, kommt nur ein Baustoff in Frage, nämlich Ziegel. Sie bestehen aus Ton, Wasser und sonst nichts. Deshalb sind sie besonders natürlich und gesund. Bei feuchter Raumluft saugen Ziegel Feuchtigkeit auf, um sie wieder abzugeben, wenn es im Raum trocken ist. Das schafft ein gesundes Raumklima. Im Winter sind Räume aus Ziegel warm, denn sie speichern Wärme und machen Gebäude sicher gegen Witterungseinflüsse und Wärmeverlust. Im Sommer sind Räume aus Ziegel kühl, denn sie dämmen optimal und sind trotzdem atmungsaktiv. Sie sind eine natürliche Klimaanlage. Ein Ziegelhaus ist sicher. Es steht fest und stabil und bietet Schutz vor Stürmen und natürlich vor Feuer, denn schließlich sind Ziegel schon gebrannt und brennen deshalb kein zweites Mal. Und weil Ziegel einen optimalen Schallschutz bieten, werden Anna und Peter ruhig schlafen. Nachwuchs ist auch schon geplant und gerade deshalb ist für Anna und Peter klar, ihr Wohlfühlhaus soll so natürlich wie möglich sein. Aus Ziegeln. 1 08. Aus Zzzzene 1 08. Vielen Dank.